Ja gut, jetzt im Vergleich zur Reutischen, es gibt nicht mehr Geld. Ihr habt jetzt alle hier eine Woche frei, ich beiß doch auch in den sauren Apfel. Da kannst du doch mal den Stapfen aus dem Hintern ziehen und einfach mal ein bisschen was machen, irgendeinen Job annähen. 188, 189, 190, 191 und 24 Cent. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Wir fahren jetzt nach Mainz und hauen da so richtig auf den Tisch. Okay, Leute, wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt da rein und holen uns unsere verdammte Kohle für die zweite Staffel. Ja, verdammt! Halt, Stopp! Ein Wort der Warnung sei noch ausgesprochen. Man nennt das Gebäude nicht umsonst die Traumfabrik. Sie werden eure Wünsche anzapfen, sie werden euch mit goldenen Zungen lecken und verführen. Wir werden Stars sehen, wie Christian Sievers. Eine Kantine haben die, die neueste Technik, saubere Toiletten, aber wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Denkt an unsere Werte. Demut und Bescheidenheit. Demut und Bescheidenheit! Ja! Ja! Wir sind die Zukunft! Ja! Das ist die Vergangenheit! Ja! Die noch auf unserem Geld sitzt! Ja! Komm, jetzt gehen wir da rein und holen uns die Kohle! Ja! Yes! Richtig fuck! Geil! Wir sind hier von dem Internet-Ding-TV, dieses Game Two. Ich würd sehr gerne mit dem Chef vom ZDF, mit Herrn ZDF sprechen, wenn das ginge. Parole? 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 Äh... Mit dem zweiten... Sieht man besser? Okay, könnt rein! Dankeschön! Ja! Wir können rein! Dankeschön! Müll nehmen wir mit! Ja! Den eigenen! Juhu! Geil! So, Freunde! Jetzt sind wir drin! Jetzt konzentriert bleiben! Nicht nachlassen! Ich guck mal eben, wo wir jetzt hin müssen. Wir gehen jetzt als allererstes zum... Och! Echt jetzt! Das ist ein Drecksil! Das ist ein Drecksil! Das ist ein Drecksil! Das ist ein Drecksil! Das war nur ein kleiner Frühschul! Zinger weg! Eine echte richtige Kamera! Ich komm' der nicht an! Wie kommt der nicht an? Ah, Christian Sievers, der Nachrichten-Superstar. Ja, sieht eigentlich aus fast schon wie ein Nachrichten-Moderator. Na, beeindruckt? Nee, ja nicht. Also, müsste sich vielleicht mal rasieren, der Typ. Aber eins ist er. Ausdrucksstark und wandelbar. So wandelbar wie deine Zukunft. Ich will deinen Job. Ja, genau. Ich bin der wilde Nachrichten-Boomer aus deinen Albträumen. Merkt dir mein Gesicht. Hey! So, Gitarre, Ukulele, Klarinette, Trompete. Da ist es. Das ist ja der Hammer. Das ist ja... Ja! Ja! Ich glaube, das ist der Original heute bei der Literatur-Bahn. Mann, ey! Univorsichtliche... Oh Gott! Was ist jetzt? Ja, was ist... Das ist ja... Der Fernsehgarten! Montagfrüh, ich kotze schon. Schatz, wo ist der Strick? Dienstag, Mittwoch, Höllenzeit. Wochenende, noch so weit am Donnerstag, ich glaub es kaum, ein Silberschreit von Glück. G-A-M-E-T-W-O, die allergeilste Gaming-Show. G-A-M-E-T-W-O, von Mecklenburg bis Mexiko. G-A-M-E-T-W-O, die Laune steigt bis Ultimum. Von Timmeldorf bis Tokio singen alle Gärmet Ho-Oh. G-A-M-E-T-W-O, ey, du hast hier nichts verloren. Ey, sag mal, Leute, ich glaub, es hackt, ich lauf mir hier in dem Laden, die Hacken wohnt und ihr chillt hier in der Lobby rum? Habt ihr wenigstens Geld verdient? Nee, Mann, die haben uns alle rausgeworfen. Was ist denn bei euch los? Warum denn so eine schlechte Stimmung? Guck mal, was ich gefunden habe. Wo hast du das denn her? Aus einer Schatzkammer. Was? Ein Hoch auf die Rundfunkgebühr? Yeah! Ja! Was ist das? Dannen die Lauf! Aus ihr! Also, Mann!